Frenkel frottelt. Heute. Let's play Prototype 2. Pilot, ich bin bereit für das Pickup. Ich muss nach Maya Heller zu kommen, so schnell wie möglich. Ich bin bereit für das Pickup. Irgendwie war das klar, dass das nicht so einfach funktioniert, ne? Welcher von euch ist Dr. Trey Carson? Der Doktor ist weg! Es ist Zeit, deine Tochter zu gehen, Heller. Alex Mercer hat einen Plan für sie. Und es geht nicht mit dir. Ach, erzählt mir doch nichts. Ich hole meine großen Brüder gleich mal und dann ist Feierabend. Da habt ihr genug Zutun mit. So, wo ist er jetzt wieder? Da. So, machen wir euch platt. So, haben wir den auch noch zerlegt. Ich gebe es ab. Du weißt, wir werden dich trotzdem töten. Schwurbeldiwupf hat er jetzt gemacht. Und, haben wir noch jemanden? Da. Was bist du denn für einer? Ach, shit. Das wollte ich auch gar nicht. Ah, jetzt muss ich das nochmal spielen. Ah, Mann. Ich död's Kopf. Schau sie weg! Ich habe nicht Zeit für das. Ah, Mann. Ich darf sie nicht töten, ja? Denk dran, Frankel. Ah, Mann. Ah, Mann. Ah, Mann. Irgendwie bin ich gerade wieder etwas verwirrt, weil irgendwie meine Steuerung gerade nicht so gut funktioniert. Was mache ich da falsch? Ich will doch meine Hammerfaust einsetzen. Ganz normal, wie immer. Ah, jetzt geht's wieder. Warum auch immer. Irgendwas mache ich da falsch. Wo ist denn der jetzt? Da war doch gar nicht das B. Ich hätte ihn doch gerade absorbiert können. Lass mich mal durch hier. Freunde. Da ist er doch. Dämlich. Du Idiot! Heller's Daughter muss nicht verharmt werden. Kann ich fragen, warum? Sir. Ich bin interessiert in ihrer genetischen Make-up, für einen. Für einen anderen. Ich will James Heller sehen, was ich für sie mache. Für einen anderen. Mörser, 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 Mörser! Du machst dich ein bisschen unsympathisch. Fuck. Riley. It's Rooks. I'm sending you some coordinates. Meet me there ASAP. I've got new intel on Amaya Heller. I'm Oster Mike. Rielly. I'm here. Where are you? Right behind you, you son of a bitch! You must think I'm dumb as fuck. Disappearing all the fucking time, disobeying orders. Who got to you? Who got to me? Who are you working for? Oh shit, that's how you knew. Ryder's dead. All this time, you. It's been you. Rooks. All I care about is getting Maya back. Just stay out of my way. Please. Jo, sind we quit, würde ich sagen, gell? Jo, sind we quit, würde ich sagen, gell? Ah, ein Bizeps-Symbol, das holen wir uns jetzt schnell noch. Ratsch, Ritsch, Ratsch! Und Matsch! Tja, so sieht's mal aus, Leute. Ach, okay. Dann machen wir das halt auch noch schnell. Mal da hinten ums Eck rum. So, sieht mich keiner. Fupp. Verwandelt. Ah, was willst du denn hier? Ach, ist mir jetzt wusch, der kleine Pizza. Tja, ich mach mal lieber hier weiter. Dingelingeling! Hast du sie gefunden? Weißt du, wo Maya ist? Entschuldigung, James. Entschuldigung. Ich versuchte alles, was ich dachte. Ich habe etwas für dich. Du willst du deine Frau? Komm her und hol sie. Ja! James, wait! Das Signal went out all over Blacknet. Anyone could have heard it. So? So now Alex knows where she is, too. It's a huge trap. You can't just go rushing in. Watch me! Tja, spitze ich dich jetzt schon langsam zum Finale zu? Ich glaube nicht, ne? Also da geht noch... Da steht noch einiges an Missionen aus, glaube ich, aber... Ich... Ich schaute die Adresse. Er ist im Gentech-Headquarter. Was wirst du tun? Alles, was ich interessiere, ist, dass ich mich in die Richtung komme. Checkmate, das ist Red Crown. Interessant. Was ist deine aktuelle Mission? Over. Relax, Red Crown. Wenn ich mit Hell oder Blackwatch fertig bin, werde ich nicht mehr über ihn überraschen. rausboxen können. Halt, da wollte ich ja gar nicht hoch. Setzen sie Hammer-Faust ein. Okay, dann müssen wir das wohl so im... verkleideten... Modus. Aua! Seid ihr Arschgeigen? Warum trittet der jetzt? Du boxt nicht. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich drücke immer aus Versehen die A-Taste. Kann das sein? Fränkel, du bist dumm. Du bist dumm! Jetzt geht's ja plötzlich, ne? Und ihr geht mal jetzt mal hier nicht auf den Sack. Ich muss hier rein. Die Nerven grad so ein bisschen. Nervt mich nicht hier, verflucht noch mal! Rucks! Öffne dich, Böse! Oh, ich würde, Heller. Aber Red Crown hat Kontrolle über dieses Gebäude. So, das ist doch Hammer-Faust. Ich bin ja noch nicht bescheuert, oder? Geht es dann nur mit Sprung, oder was? Das nimmt irgendwie so keinen Schaden. Und jetzt? Was passiert jetzt? Ach, jetzt kommt wieder so eine komische riesige Hämorrhide aus dem Boden und versucht mich zu fressen. Das kennen wir ja, ne? Genau. Und Kontrolle zu da auch noch. Herzlichen Glückwunsch. Der riecht bestimmt streng. Ach so, der macht mir die Tür auf, ja? Äh, heh heh. Meine Güte, der kann sich irgendwas reinsteigern! Was geht jetzt? Tja. Oh. Macht ihr mir die Tür auf, ihr kleinen Blödmänner? Aha. Juggernaut. Knudel habe ich jetzt auch noch. Schön. So, wie geht das jetzt wieder? Da muss ich jetzt zielen. Angriff, los. Mach das Ding da kaputt. Ah, es funktioniert. Und in der Zwischenzeit muss ich das Juggernaut-Rudel auch noch verteidigen. Das hat's doch eigentlich gar nicht nötig, oder? Lasst mein Juggernaut-Rudel im Leben. Verflucht am Leben, meine ich natürlich. Fortress 1, das ist die Flucht 42. Wer ist die Juggernaut-Rudel, um die Barrikade zu beantragen? Alle Units in der Nähe der Barrikade. Schiff, die Juggernaut-Rudel! So. Was ist jetzt? Haben wir jetzt irgendwie die Tür? Ne, ist immer noch nicht kaputt. Ich kann grad nicht so folgen, ehrlich gesagt. Ach so. Okay. Verstehe. Ich muss jetzt hier wieder einen besiegen. Wenn ich mir mal meine Wacht wieder zurecht gerückt hab hier. So will ich das haben. Gut. Und dann kann ich mir noch einen Juggernaut-Rudel organisieren. Und dann macht's mir die Tür auf. Los, Kinders! Da wird doch mal einer aus den Latschen-Kippen von diesen Juggernauts verflucht. Gut. Komm her. Uff, Maul! Und nochmal eins aufs Maul! Nochmal! Ist denn jetzt bald hinüber? Mann, die halten echt was aus. Jetzt aber. Jetzt aber. Oder? Komm. Autsch. So, jetzt habe ich ihn. Komm. Also los, folgt mir, Leute.